Hi, mein Name ist Helge Baus, ich komme aus Zelle, bin 20 Jahre alt, 2,05 Meter groß und spiele Power-Vorrat. Meine Freunde haben mich damals zum Basketball gebracht. Mein persönlich schönster Moment im Basketball war die Vizemeisterschaft mit der MBWL. Mein Ziel für die Saison ist, mit der Mannschaft erfolgreich Basketball zu spielen und viel Spaß dabei zu haben. Ich spiele für Bremerhaven, weil ich hier die Chance habe, 1. Liga zu spielen und in Cuxhaven 2. Liga zu spielen und so viel Erfahrung zu sammeln. Die Fans können von uns jede Menge Leidenschaft auf dem Feld erwarten. Let's go, S.B.